Ihr seid ja immer noch da bei Far Cry 2. So, wir wollen in die Stadt gehen, wir brauchen neue Aufträge. Jetzt müssen wir... äh, ja. Moment, wo ist mein... meine Zeichnung? Michi gibt's neue Aufträge, jawohl. Jetzt machen wir mal die soweit fertig von der HPR. Bleiben wir mal an der dran hier. Können wir da bis zum Auftragsgeber vorfahren? Ne, das ist mal auf der falschen Seite, ne? Ach, die Wichsen, die haben hier alles versperrt. Ach man, ihr Scheiß-Mongos, braucht man die Scheiße hier ab. Ja, ja. Versaufen sie Bier. Festen Bier, oh. Hört sich ja grandios an. So, was hast du? Moment. Sie kennen die Regeln, keine Waffe. Ja, ja, kennen wir. Mann, bist du schwarz. Junge, Junge, siehst du aus. So, jetzt dürfen wir rein. Jawohl, danke. Okay. Was? Was? Aha, okay. Gehen wir mal rein, mal gucken, was die für uns haben. Wenn die schon so rauslabern. Hi. Unser Freund ist zurück. Vielleicht helfen Sie uns, das hier endgültig zu beenden. Kaum zu glauben, dass Sie so lange überlebt haben. Wir brauchen einen, der eine Pipeline zerstört. Nicht irgendeine Pipeline. Nein, Adi Manbepuvs Leute pumpen Wasser über die Grenze im Austausch für jede Menge Geld. Der Mann hat Nerven. Die Pipeline wird zur Zeit gewartet, ist also ziemlich anfällig. Sie finden Ihren Schwachpunkt bei der Baustelle, etwa einen halben Kilometer westlich der Pumpstation am Segolo-See. Die Pipeline ist riesig, wir brauchen viel Sprengstoff. Bei der Taimoku-Mine finden Sie geeignetes Zeug. Aber die Mine liegt auf feindlichem Gebiet, mein Freund, westlich von hier. Seien Sie vorsichtig. Reeves ist besorgt. Er denkt an die Menschen, die das Wasser brauchen. Aber wir sind im Krieg. Leid ist leider unvermeidlich. Es ist für ein höheres Ziel, für ein stärkeres Afrika. Das Geld ist hier. Sie finden den Sprengstoff in der Sprenghürte bei der Diamanten-Mine und die Ziel-Pipeline bei der Baustelle. Viel Glück. Dankeschön. Macht euch bereit. Und ich würde mit dem Schlimmsten rechnen. Passt schon. Ist egal. Hauptsache ich habe meine Diamanten. Jetzt schließe ich gleich wieder einen Anruf. Passt auf. So, jetzt mal raus. Schauen wir mal auf der Karte, wohin wir müssen. Okay. Na, sprinten wir einfach mal in die Richtung. Außer wir bekommen ein besseres Angebot. Bis jetzt so nicht. Was ist los? Sonst klingelt doch immer gleich das Telefon. Lebt er nicht mehr? Oder... Schon gestorben? Oder was? Okay, da brauchen wir auch nicht mit dem Bus direkt hinfahren. Wow. Was war das? Hat gerade einer auf mich geschossen? Oder was? Ne. Hat sich gerade so extrem angehört, ey. Man, normal vom BK schenkt sich nicht viel, oder? Da können wir schon viel gefahren. Boah, wie das Kyle Shepard, ey. Voll laut, Mann. Und wir können uns hier nicht wehren. Das ist ein Problem mit dem Fahrzeug. Wie immer. Altes Problem. Damit es angegriffen werden soll. Und das ist hier. Aber vielleicht können wir versuchen, an den vorbei zu rasen. Was ist das hier? Oh, das ist ja um ein Gebiet von irgendwelchen Leuten hier. Scheiße. Da vorne nach rechts. Wir müssen so schnell wie möglich vorbeikommen. Und durch. Komm, komm, komm. Ah, die schießen einfach immer auf mich, ey. Ich hoffe nicht, dass sie uns hinterherfahren. Sieht so aus, als ob sie nur was abgehängt hätten, oder? Also bis jetzt folgt uns, glaube ich, keiner. Sie haben es versucht, aber ich glaube, die haben es aufgegeben. So, dann fahren wir hier rechts. Vielleicht sowieso. Das ist, glaube ich, vom Weg her am besten. Shit! Boah, leck mich am Arsch, ey. Nein! Waffe spinnt. Zick rum. Boah, Raketen. Oh. Oh, shit. Müssen wir Schaffschutz wieder da. Wo ist der? Oh. Wixer. Der hat mich angefahren, der Drecksack. Boah, verdammt. Oh. Ich hab Hilfe. Jawohl. Leck mich doch, ey. Was für kranke Penner, man. Aber wir sind noch ein Stück Bier trinken. So. Okay, die hat mir schon geholfen. Hier, sie stolz mal rum wie ein Kind. Versorgen Sie Ihre Wunden. Ich hole erst mal die Kugel raus, ey. Ah. Noch zwei Ausrüstung prüfen. Leck mich am Arsch. Ich denke, dass Sie noch leben. Ihre Wunden, versorgen Sie sich. Ja, ja, schon dabei. Boah, wo hat der geschossen, der Depp? Wo hat die mich jetzt hingebracht? Ey, die soll jetzt aber nicht sterben, oder? Ach, hier war ich doch schon mal in einem Außenposten. Worauf schießt die? Da ist doch gar niemand mehr. Okay. Also gut. Irgendwo da hinten war mein Fahrzeug. Okay, das ist jetzt wahrscheinlich kaputt. Nehmen wir halt einfach mal das hier. Leck mich am Arsch. Oh, irgendwie durchkommt. Wow. Ohohohohoho. Okay, wir haben es geschafft. Wir sind durch. Ey, zum Glück hat es uns die Kieße geholfen. Boah, shit. Wow. Leck mich doch mal echt. Erstmal Reparatur machen. Junge, Junge. Also ich glaube, bis wir dort sind, sind wir Schweizer Käse, Mann. Hilft uns jetzt? Die tue sich eigentlich nochmal. Oder eher nicht. So, jetzt gehen wir erstmal zur Miene. Oh Mann, ey. Ja, Feinde. So, Nummer 1. Das ist neuer. Hatte der gerade eben einen Raketenwerfer. Weg hier. Scharf, Schütze. Von hier oben, bessere Sicht, ne? Oh, ein bisschen Feuerwerk hier. Was geht? Wieso treffe ich mit dem so schlecht? Scheiße, Mann. So, bescheuert, was treiben wir hier? Der Kampf ist da. Was ist der? Ey, die können aber gut zielen, ey. Schütze. Irgendwie gibt es kack Waffen, ey. Wo ist der? Da hat gerade immer einer auf mich geschossen noch. Da. Jetzt komm. Feinde. Wo. Badshot. Hier kommt gar nicht durch zwei Stück durchschießt, hab ich gemerkt. Das geht gar nicht. Das geht es nicht. Das muss gehen, sowas. Scheiße, wir lassen uns hier. Haha. Und ich will leben noch. Ich geh mal runter. Ich spritze nochmal rein. Da ist Medizin. UFLL. Was sind die hier? Da ist ein Generator. Ja, sag mal, wo sind die Sprengsätze? Wo sollen die sein? Ist hier irgendwo. Verteilt uns. Da ist ein Diamant. Da ist ein Diamant. Nein. Komm. Komm. Spring. Spring. Perfekt. Hehe. Oh. So. Ich komme rein. Ja, komm doch. Ich fette mich so viel. Komm doch einfach. Komm doch rein und schreie nicht rum wie ein Tier im Zoo. Wo sind jetzt Sprengsätze? Da. Hier. Hier drin. Sieht so aus. Wie komme ich hier rein? Ach da. Oh, Dankeschön. So, die hätten wir. Ziele aktualisiert. War ja klar, dass der sich um und meldet. Ja. Okay, kein Problem. Ich komme. Ich komme. Erstmal brauche ich mein Auto. Okay, safe aus. Also, ich bin safe aus. Okay, fahren wir hin. Die da oben sind die Stube doch voll besetzt, ne? Klar, ich versuche es durchzufahren. Egal was kommt, egal was geht. Ich versuche es einfach. Durch. 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 Ob wir unsere Raketenwerfer haben. Da ist ein Seifhaus. Ich höre was. Okay, der kommt immer. Okay, passt. Die Radion richtig gehört. So, wenn wir uns das Angebot anhören, was er uns machen will. Oh, Munition. Ja, geil. Perfekt. Hey, Mann. Hey, was geht, Alter? Dieser Ort macht mich fertig. Wie geht's? Ach, gut. Eine Aktion bei der Diamantenmine kostet mich meinen Job. Echt? Keine große Sache. War eh nicht das Richtige. Aber ich würde gerne noch was aus denen rausholen, bevor ich gehe. Bevor du die Pipeline hochjagst, gehst du zum Pumpenhaus des Stausees. Zerstör das automatische Absperrsystem da drin. Ja, das könnten wir machen, ne? Deine Bombe geht hoch. Und der ganze Canyon wird überflutet bis zur Temoko-Mine. Ja. Du weißt, dass es da keine Diamanten gibt? Es ist ein Märchen, um ihre Jungs bei Laune zu halten. Ein See ist viel besser. Aus mehreren Gründen. Jeder Flussausläufer ist eine weitere Möglichkeit, warm zu bewegen. Richtig. Das bringt es sich weiter. Fakt ist, ich werde bei der Mine sein, wenn alles zum Teufel geht und die Typen könnten sauer auf mich sein. Könntest du mir helfen? Ja, machen wir. Auf jeden Fall. Was ist das? Ah, okay. Denk dran, das Pumpenhaus beim Stausee. Noch irgendwelche Waffen für mich? Äh, nö. Ich glaube nicht, ne? Okay, dann gehen wir. Pumpenhaus beim Stausee. Kein Problem machen wir. Also mal gucken, was haben wir hier für eine Waffe drauf montiert? Hier oben. Oder eine normale? Ja. Die anderen gefallen mir irgendwie besser. Also fahren wir zum Pumpenhaus. Da kriegst du es nicht noch. Wir haben der L. Pumpenhauses. Wer muss überhaupt finden? Da fährt uns die Straße auf. Wir fahren uns nichts. Okay, sie hat sich wieder regeneriert. Eieieieiei, jetzt muss man auch nur laden. Ui, kommen die auf einmal her. Scotty, beamen. Leck mich am Arsch, ey. So, jetzt höre ich auch noch irgendwelche Autos hinter mir. Die sind, die schießen sie aber noch nicht. Da vorne ist ein Safehaus, der noch gesperrt ist. Da sollte man eigentlich gerade mal hingehen, ne? Ah, meine Lieblingswaffe. So, ich glaube, ich gucke, dass ich die Alte von Safehaus mitnehme. Oder beziehungsweise, dass sie mir hilft, uns mal ein bisschen zum Heft zu rücken. Oh, das ist ein geiles Teil. Oh! Shit! Oh, shit! Bam! Deck ist er. Okay. Okay, bleib stehen. Okay, 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 okay. Arschloch, Unterschlupf freigeschalten. Wo ist meine Makete? Ja, ha, 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 ha. Okay, so. So. So, dann gehe ich kurz mal in Unterschlupf. Schau mal rein, ob jemand da ist. Falls ich irgendwie in die Glemme kommen sollte, dass sie mir hilft. Okay. Und, ist jemand drin? Keiner ist drin. Aber ich mache kurz ein Päuschen und dann sehen wir uns im nächsten Part. Bleib dran. Ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.